Ich nehme es und jetzt share, okay, so, dann fangen wir an. Heute ist der 26. Oktober 2023, es ist 19.30 Uhr, ich habe gesehen, ich habe Oktober auf Englisch geschrieben, aber okay, kein Problem. Das ist, also für uns ist das jetzt, also das siebte Mal, dass wir uns so treffen. Sie wissen, unsere Veranstaltungen finden normalerweise immer am nächsten Donnerstag im Monat statt, also um die Zeit, halb acht UK und, warte mal, wir haben jetzt noch hier zwei andere Kollegen und Kolleginnen, also wo man jetzt unsere Events findet, jetzt, Cirol hat sich schon, also Charted Linguist, das hat sich schon ein bisschen geändert, jetzt diese Events kann man nicht mehr so leicht finden, aber wenn man eben German Language Society, Cirol ins Google schreibt, dann kommt man ziemlich schnell auf die Seite. Wir haben, also heute haben wir ein Event und da haben wir noch zwei Events, ich werde später darüber, am Ende werde ich was dazu sagen. Diskussionsregeln, so wie immer, wir wollen beim Thema bleiben. Ich lasse das immer stehen, nur so, dass, also manchmal gibt es Kollegen, die andere Ideen haben, aber wir bleiben immer beim Thema. Und heute, heute geht es also um den Nationalfeiertag, Nationalfeiertag, also es ist der österreichische Nationalfeiertag und es ist der 26. Oktober. Ich habe jetzt die Präsentation ziemlich, also ziemlich, ich werde jetzt nicht so politisch sein oder tief in die Geschichte sehen, sondern nur so eher als einen Überblick darstellen, weil ich glaube, viele Leute wissen nicht, wie wichtig dieser Tag für Österreich ist. Also hier werden wir kurz über, also ein bisschen über die Geschichte reden. Was ist die Bedeutung vom Nationalfeiertag? Ok, dann eher so neue Geschichte. Dann haben wir natürlich die britische Besatzungszone in Österreich. Das werde ich deswegen erwähnen, weil wir eben, oder weil ich jetzt in England, Großbritannien bin und auch die Region, woher jetzt meine Vorfahren stammen, auch jetzt in dieser, also im Süden, im Süden irgendwie angesiedelt waren. Wir werden kurz über die Wappen der Republik Österreich sprechen, Feierlichkeiten und am Ende das beste Thema über das Essen. Also was isst man, was isst man oder was sollte man irgendwie auf dem Tag essen? Ja, also hier so eine Feierlichkeit. Wieso ist dieser Tag so wichtig? Am 26. Oktober 1955, also wir markieren diesen Tag und an dem Tag wurde eben der Staatsvertrag in Wien unterzeichnet, bei dem Österreich seine Souveränität zurückerlangte und seine Neutralität erklärte. Natürlich ist das mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden, aber wir kommen zum Thema. Also Ende des Zweiten Weltkriegs war schon wichtig, weil der Nationalfeiertag erinnert im Prinzip an die Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft und das Ende der Alliiertenbesetzung. Also Österreich brauchte circa zehn Jahre, also dass sich das alles so umgewandelt hat. Und ganz wichtig für uns ist natürlich die österreichische Nationalflagge, die Rot-Weiß-Rotflagge Österreichs. Und ich werde dann ein paar Sachen über diese Flagge erzählen, weil die Ursprünge kommen aus dem 13. Jahrhundert. Und natürlich, das ist so ein wichtiges Symbol. Kurz zum Thema Flagge. Im Mittelalter finden sich die Rot-Weiß-Rot gestreiten Fahnen bei verschiedenen Ereignissen. Zum Beispiel, das hat man bei Begräbnissen gesehen, bei Ehrenpforten. Und oft findet man das auch Gemälden und Siedeln oder sogar Handschriften. Also später treten die Farben jedoch in den Hintergrund und tauchen nur noch auf den Brautschild des Reichssadlers, also Stammwappen der Habsburger. Und wenn wir dann ein bisschen weiter in die Zukunft gehen, also in die Zukunft, in die Vergangenheit, erst im Jahr 1786 führt Kaiser Josef II. eine Flagge mit drei horizontalen Rot-Weiß-Rot Streifen und einem goldenen, eingefassten Binnenschild als Flagge zur See ein. Also wir kommen dann zum Thema auf dem nächsten Slide. Und natürlich nach dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 und der Abdankung des Kaisers besinnt sich die neu gegründete Republik auf die Farben der Babenburger. So, wer waren denn die Babenburger? Woher kommt denn diese Rot-Weiß-Rot-Hydie? Also die Babenberger waren ein österreichisches Markgrafen und Herzog, also sie waren Herzog und die kamen aus Franken. Also die hatten so fränkisch-bayerische Herkunft. Franken, also das sind die Hauptstadt, die Stadt ist Stuttgart und Bayern. Natürlich, jeder weiß das. Also es ist noch die Region, die größte Region Deutschlands im Süden. Und der Name bezieht sich auf Bamberg im heutigen Oberfranken. Also die herrschten von 1976 bis zum Aussterben, also 1246. Und natürlich dann kamen die Habsburger. Also diese Rot-Weiß-Rot-Geschichte geht wirklich fast auf 976 zurück. Hier habe ich drei Fotos. Ich habe das in Wikipedia gefunden, weil es war so ziemlich einfach, dort was zu finden. Also das ist der Markgraf Leopold III., der Heilige. Also es ist so ein Babenberger Staunbaum, wo sieht, also da sieht man eben all die Herrscher. Also das ist das Wichtigste, also von dem stammt das auch. Dann in der Mitte sehen wir, also den Wappen der österreichischen Wappenbergers. Das ist so, das ist ein Binnenschild. Und man datiert sowas auf 1450, 1480. Und natürlich dann die Lehnsfahne, die jetzt ziemlich, also die relativ so aussieht wie das, was wir heute haben. Also, wo sind wir stehen geblieben? Ganz kurz zurück, also es geht um 26. Oktober 1955. Jetzt, wahrscheinlich viele von Ihnen erkennen das, aber wenn nicht, das auch nicht. Das ist der Amtssitz der Vereinten Nationen, UN in Wien. Und zwar, wieso haben wir UN in Österreich? Natürlich, das hat auch so mit dieser Neutralitätserklärung zu tun. Wie schon mal gesagt, ich betone noch mal, also der 26. Oktober ist wirklich also dieser offizielle Neutralitätstag Österreichs. Und jetzt, 1955, natürlich gab es sowas noch nicht in Wien. Also, das wurde erst 1979 gebaut und offiziell eröffnet. Und ganz wichtig ist es, dass, also zehn Jahre bevor, also 1966, wo die österreichische Regierung der Vereinigten Nationen an in Wien ein, also internationales Zentrum zur Nutzung, also durch die Organisation des Systems und Verwaltung zu errichten. Ich glaube, das ist wirklich gut. Man kann jetzt, also UNO City heißt das, UNO City ist sogar so eine Station, also U-Bahn-Station, man kann die UNO City besuchen, da gibt es auch Führungen. Also es ist sehr schön und sehr groß. Und es gibt also ziemlich viele, viele Leute da. So, wenn wir weitergehen, jetzt, also wenn man von Österreich spricht, natürlich gibt es schöne, gute Sachen, aber ich würde sagen, es gibt auch so eine dunkle Periode in der Geschichte des Landes. Natürlich hat das jetzt mit Nationalsozialismus zu tun. Also, also der sogenannte Großdeutsch, also es geht um diesen Großdeutschen Reichs. Und was wäre jetzt wichtig zu erwähnen? Also Anschluss Österreichs an das Dritte Reich, passierte am 12. März 1938. Da marschierten die deutschen Truppen, also nach Österreich. Und natürlich, Adolf Hitler erklärte den sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Und natürlich, dies führte zur Eingliederung Österreichs in das sehr nationalsozialistische Deutschland. Man muss sagen, das natürlich waren nicht alle dafür, so wie immer. Aber da passiert, also es gab schon viel Repression, Kontrolle und Widerstand. Und natürlich, tausende Menschen wurden dort gefangen, gehalten, gefordert und getötet. Also, man hatte nicht viel, viel Wahl. Und das ist zum Beispiel, ich habe diese Fotos heute gefunden und ich glaubte, das ist sehr traurig, weil man sollte aus der Geschichte lernen. Und was heutzutage passiert ist, ja, es ist ja ein bisschen an dieser Seite. Also, die Zeit des Nationalsozialismus in Österreichs war, wie gesagt, eine dunkle Periode in der Geschichte des Landes und führte natürlich zu großem Leid und Zerstörung. Aber, Gott sei Dank, ist heute viel anders. So, was passierte nach dem Zweiten Weltkrieg? Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Österreich durch die Alliierten in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Es gab die sowjetische Besatzungszone, das war so eher östlich. Ich glaub, da können Sie so sehen, also diese östlichen Regionen. Es geht natürlich um Burgenland und Niederösterreich. Dann im Westen gab es also, da gab es Franzosen. Im Süden gab es die Briten. Das ist ja auch die Gegend, wo ich ja, also jetzt teilweise meine Familie stammt. Und natürlich Amerikaner, die gab es eher so im, sagen wir, Westnorden, also in diesem westlichen Teils. Also, das dauerte ungefähr bis zum 15. Mai 1955. Ich habe hier noch ein besseres Foto. Da kann man das vielleicht noch besser sehen. Und das finde ich echt interessant. Also, jetzt, es gibt natürlich viel, viel Geschichte darüber, was genau in diesen Zonen passiert ist, wie das alles zusammen funktioniert hat und so. Aber das glaube ich, für sowas brauchten wir einen Historiker. Es ist immer kompliziert. Aber, jetzt, Regionen sind ja klar. Wir sehen Kärnten, Stammark, Großbritannien, Niederösterreich, Burgenland. Die Russen, natürlich, also, ja, die Sowjeten, sollte ich sagen, eigentlich, natürlich, weil das ist in der Nähe. Dann Oberösterreich und Salzburg, da waren die Amerikaner und, also wie gesagt, im Westen die Franzosen. Aber Wien würde auch, also Wien würde jetzt auch so ein bisschen verteilt in verschiedenen Zonen. Und wenn wir zum Beispiel nur sehen, wo die Briten waren. Also, das ist Bezirk Nummer drei, das ist Landstraße. Das ist ein strategisch ganz wichtiges Bezirk. Dann waren sie in Simmering. Simmering ist so ein elfter Bezirk. Simmering, da gibt es viel Industrie. Und dann, wenn wir noch die Zone 12 und 13 betrachten, das ist natürlich eine von den schönsten Zonen, Wien würde ich sagen, weil da gibt es Schönbrunn und Meindling. Meindling gibt es so vor Ort und Schönbrunn, glaube ich, kennen wir alle. Also, mit diesen Palästen und so. Also, die haben ganz schöne Teile da für sich. Also, der Wirt, sagen wir mal so. Was noch wichtig wäre, also wir wissen, es gab schwierige Zeiten für Österreich. Aber, okay, am Ende haben sie das geschafft, haben sie also die Urkunde unterschrieben. Und ich glaube, heutzutage kann man Österreich schon so als ein neutrales Land betrachten. Natürlich, das Land ist nicht perfekt, aber ich glaube, es ist ziemlich okay. Okay, so, Wappen der Republik Österreich. Hier, natürlich, das ist der Adler. Was wichtig ist, ist die Mauerkrone. Dann haben wir diesen Bindenschild. Wir haben gelernt, dass das von Babenberger stammt. Also, ungefähr um 1000, habe ich schon sowas in der Gegend bekannt. Es gibt den Sichel, den Hammer und gesprengte Ketten. Und jetzt, es geht um Heraldik. Was bedeutet denn das? Also, das Wappen der Republik Österreich besteht natürlich aus einem freischwebenden, also einköpfigen, schwarzen, golden, gewappneten und rot, also bezungten Adlern. Und so, auf diesen Brust, wie gesagt, gibt es so Querbalken durchgezogen, wo der Schild belegt ist. Wir sagten, okay, das kommt aus Franken, Wabenberger, kennen wir die Geschichte. Aber, dann haben wir noch, also, der Adler, der stellt auch so die Habsburgische Monarchie dar. Also, das kann man auch so interpretieren. Und zum Beispiel die gesprengten Ketten, also die man jetzt hier sieht, das kann man zum Beispiel als Zeichen der Befreiung Österreichs von Nationalsozialismus betrachten. Also, ich habe das natürlich gelesen und das sind die Bedeutungen und das macht ziemlich viel Sinn. Was aber auch wichtig ist, wo Sie dann also den Sichel und Hammer sehen, da geht es um die Unterstützung der Arbeiter, also um das Volk, der wirklich gut arbeitet. So, das gehörte dem Friedrich II. und der, also der war einer von den letzten Babenberger. Also, das ist jetzt ungefähr die Idee davon. In Österreich gibt es natürlich neun Regionen, zum Beispiel, also das sind dann die Flacken von verschiedenen Regionen. Unsere Flacke, also meine Flacke wäre die, also Steiermark, also es ist grün und weiß und bei uns haben wir den Panther. Was werden Sie oft finden, zum Beispiel, die Kollegin aus Salzburg, da gibt es den Löwen, Kärnten hat drei Löwen, also Niederösterreich hat fünf Adler und vor allem Berge, so Turm und so. Also Adler, Löwe und der Panther sind normalerweise irgendwie in den Regionen als Symbole betrachtet. Gut, wenn wir dann weitergehen, also wer, wenn man über, also wenn man jetzt von Österreich in generell spricht, man muss wissen, dass sie so ein Land, also ein multiethnisches Land ist und das war schon immer. Und ich habe das absichtlich jetzt so dargestellt, also hier, das ist der Kaiser Franz Josef I., er war, also das Kaiser war ziemlich beliebt und zwar bei allen, aber wenn Sie jetzt die alte Monarchie betrachten, also da, das war ein bisschen größer als Österreich heutzutage. Und wen gab es da? Also es gab Kroaten da, die kroatische Minderheit lebt noch heute in Österreich, also es ist so eher im Osten, im Burgenland. Die haben auch so Schulen und kulturelle Organisationen. Dann gibt es im Süden Slowenen, da, also da habe ich auch die Schule, also ich habe diese zweisprachige Schule für Kärntner Slowenen besucht, das ist auch so eine Minderheit, die, ja, also die, die sind schon seit mehrer Jahrhunderten da, die haben auch kulturelle Präsenz und ziemlich, und noch immer manchmal so Schwierigkeiten. Dann haben Sie Ungarn, die ungarische Minderheit lebt vor allem in Burgenland, natürlich, Burgenland ist so hier im Osten, ist irgendwie logisch, weil das war mal so ein Land. Dann haben Sie Tschechen und Slowaken, also es gibt kleinere tschechische und slowakische Gemeinschaften in Österreich, also vor allem in Wien, also wenn man mit dem Zug 20 Minuten Richtung Osten fährt, dann ist man schon, also in Bratislava, in Bresburg, Bresburg auf Deutsch, Bratislava auf Slowakisch. Dann haben Sie auch Roma, also die Roma sind zwar eine kleine Minderheit in Österreich, und die haben auch so eine ganz, also wichtige kulturelle Identität. Und dann gibt es auch natürlich Türken und Muslime, also natürlich die türkischen Gastarbeiter, so die Welle kamen besonders in den 70er, 80er Jahren, und dann haben Sie natürlich auch die jüdische Gemeinschaft in Österreich. Und natürlich in den letzten Jahren wurde diese jüdische Gemeinschaft natürlich ein bisschen belebt. Und ich wusste das nicht, aber, also ich habe das vom Botschafter erfahren, es gibt auch so besondere Programme, wo man, also wenn, wegen der Geschichte und so, wenn die jüdische Gemeinschaft irgendwie, also wenn die auswandern müssten und so, man kann jetzt wieder die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen. Österreichische Staatsbürgerschaft ist ein ganz besonderes Thema, weil uns ist es nicht erlaubt, die doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Also wenn ich jetzt die UK-Passport haben will, ich muss dann die österreichische Stadtbürgerschaft abgeben. Und das ist einfach, glaube ich nicht, dass ich das tun kann oder will. Und jetzt versuchen wir, also diese Doppelstadtbürgerschaft, also irgendwie auch so beantragen, weil fast jeder andere kann das haben. Aber im Fall von, also Holocaust-Opfern und so, die bekommen das einfach so als, ja, wegen einer Entschädigung. Und auch, also die Familie, ich kenne eine Dame, also ihre Großmutter, also, ja, so in einer Situation, wo sie natürlich ausreisen musste. Und jetzt hat die ganze Familie als Entschädigung so die Staatsbürgerschaft bekommen. So, es gibt es auch, also auch andere Routenen und Ukrainer und natürlich kaldeische und syrische Christen. Aber die sind natürlich nicht, also gibt es nicht viele. Also ich wollte nur zeigen, dass Österreich ist vielleicht ein bisschen mehr, als man so denkt oder kennt. Auch sprachlich ist Österreich ziemlich interessant. Natürlich, die Sprache bleibt Deutsch, ist Deutsch, schon immer Deutsch. Aber ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können. Also hier sieht man, welche Sprachen da alles gesprochen werden. Zum Beispiel hier Nummer 6. Das ist slowenisch beeinflusstes. Also südbayerisch und slowenische Minderheiten finden sich hier. Es ist auch so, dass bestimmte Teile des Landes mal anders verteilt worden sind. Aber okay. Dann haben Sie hier Nummer B, das, was so violett ist, das sind burgenländische Kroaten. Ganz eine winzige, kleine Minderheit, die Ungarisch spricht. Natürlich, wienerisch ist ein Thema für sich. Und dann, wenn wir Richtung Vorarlberg gehen, also da sind wir schon in der Nähe von der Schweiz. Da sehen Sie, also da haben Sie so Schwäbisch, Tirolisch-Schwäbisch. Und natürlich, es geht dann, also hier geht es auch so um Tirol, aber das ist dann auch so ein anderes Thema. So, E, Venetisch spricht man hier. Also das ist jetzt alles so in diesem Grenzbereich. Also Österreich ist, also es ist auch wichtig zu sagen, dass in Österreich zum Beispiel hat man, also die Amtssprache ist deutsch, aber Amtssprache kann auch slowenisch, ungarisch und kroatisch werden. Jetzt in bestimmten Regionen und so, wo die zweisprachigen Umgebungen irgendwie noch da sind. So, wenn wir weitergehen, ganz wichtig, ich weiß nicht, ob Sie die Dame kennen, das ist Paula Preratovic. Die hat die Nationalhymne Österreichs geschrieben. Also Paula, wenn Sie den Nachnamen irgendwie lesen, werden Sie sagen, ja, aber das klingt ja nicht so deutsch. Und ich sage, ja, das stimmt schon, das klingt nicht deutsch. Aber nicht zu vergessen, wie groß wir mal waren. Also Paula, die ist eine österreichische Schriftstellerin und Poetin. Aber, also sie stammt natürlich aus Kroatien. Es ist auch aus Pula, ganz genau. Es gab ziemlich, also ziemlich viele Österreicher in dem Bereich. Man darf nicht vergessen, also man hatte auch die Armee. Österreich hatte sogar das Meer, aber leider nicht mehr. Und es gab ziemlich, also in dem Bereich in Istrien, ich werde es später ein Foto zeigen, da gab es schon viele Österreicher, so jetzt kroatische Österreicher oder weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Aber zum Beispiel dank Paula haben wir eigentlich eine ganz schöne Hymne. Die Hymne heißt natürlich Land der Berge, Land am Stromer. Und was wichtig wäre noch zu sagen, also es gab so einen preisau-schreibenden Bundesregierung und sich hat natürlich da gewohnt. Und am 25. Februar 1947 wurde also dann diese Bundeshymne offiziell eingeführt. Also man war sich lange nicht sicher, woher die Melodie stammt. Aber die Melodie schickt man, also man dachte, zuerst dachte man, okay, das wird wahrscheinlich so die Melodie von Mozart sein. Aber dann haben sie ein bisschen geforscht und sie glauben, dass das von einem anderen Komponisten ist, und zwar von Johann Baptist Holzer. So, ich habe hier, also da sehen wir Paula, da ist sie noch ein bisschen, also sie ist noch jung. Und was dann mit Paula passiert ist, zum Beispiel Paula, also sie ist auf dem Prüfmarker. Ja, also das finde ich ganz schön. Und natürlich sieht man sie, also so wird man sie jetzt heutzutage in Dokumenten und der Presse sehen. Und natürlich, da haben, also da ist auch hier, also Grab, das befindet sich am Zentralfrödhof in Wien. Das kann man dann auch besuchen, falls man irgendwann mal in der Nähe ist. So, okay, jetzt kommen wir. Was passiert am 26. Oktober in Österreich? Es gibt viele Paraden und Veranstaltungen. Und natürlich, es geht um die österreichische Armee, die zeigen dann, was sie da haben und sie marschieren. Und es gibt solche, also es gibt solche Märsche auf der Straße und so, das kann man wissen. Das ist nur so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Armee so wichtig, ich meine, die Armee ist schon wichtig in Österreich, zum Beispiel die Jungs, also die jungen Männer haben die Möglichkeit, oder ein Jahr in der Armee zu verbringen oder irgendeinen Zivildienst zu absolvieren. Ich glaube, das ist noch so. Meine Schulfreunde, die haben eher so Zivildienst gemacht, aber ja. Und was noch wichtig ist, also hier, also hier sehen wir den Hochburg, also da sitzt unser Präsident. Wie Sie hier auf dem Foto sehen, da steht Tag der offenen Tür. Da kann man eben, also diese Räume betrachten und da sieht man, wo jetzt, also unser Präsident sitzt und so. Ich war leider noch nicht, oder noch nie am 26. Oktober in Wien, aber ich dachte, das wäre so schön, also da die Möglichkeit haben, reinzugehen. Ja, vielleicht, vielleicht ein anderes Mal. So, das passiert jetzt, oder das war heute so los. Was normalerweise ist, also im Süden, wo ich herkomme oder in Wien, an dem Tag, normalerweise ist es ein schöner Tag. Es ist so herzlich, aber wer weiß, was heute ist. Und jetzt kommen wir noch zum Thema, was essen wir, oder was sollte man eben essen. Ich habe hier die typischen Fotos so gepostet. Und natürlich, hier ist natürlich der Wiener Schnitzel, ich glaube, wir kennen alle das. Dann Tafelspitz ist zum Beispiel auch sehr beliebt, zum Beispiel, wenn man zum Buschenschang, Buschenschang sagt man, ist so im Süden, heuriger sagt man, in Wien und Umgebung, da sind im Prinzip solche Gasthäuser am Land, das schmeckt echt gut, das ist sehr populär, genau, um die Zeit. Da findet man normalerweise gekochtes Rindfleisch oder Meerrettichsoße und Kartoffeln und natürlich andere Sachen, das ist jetzt auch so, normalerweise ist es, also Biovorbereitung, es schmeckt echt gut. Was noch beliebt ist an dem Tag ist, also der Kartoffelsalat, dann haben wir den Gulasch und Knödel und Rindbraten und ich liebe die Suppe, das ist so die Frittartensuppe oder Palacintensuppe, ich weiß nicht, man kann sagen, wie man will Frittartensuppe normalerweise. Und dann haben wir auch, also die Knödel, Marillenknödel und den Schmarrn, ich glaube, ich kann das nicht sehr lange anschauen, und dann haben sie auch den Schnudel und es ist echt toll, also das muss da sein. Oh, Walter ist da, Walter kommt auch dazu, genau, wenn wir hier also fast mit dem Thema fertig sind. Also das sind solche Sachen. Und dann, also ich habe dann gefragt, ich habe dann, Chad Gipiti habe ich gefragt, habe ich gefragt, wo kann man jetzt, wo kann man österreichische, also gibt es österreichische Gastfäuser in Wien? Also das hat Chad Gipiti gesagt. Ich wusste nicht, dass wir so ein Studdelhaus haben. Studdelhaus, also eigentlich ist so ein ungarisches Restaurant. Aber egal, was sie da machen, sind super aus. Und dann gibt es solche, ja, solche Restaurants, die jetzt so mitteleuropäisches Essen servieren. Aber für mich, was ich gern habe, ich muss Ihnen dann was zeigen. Und zwar, na, später zeige ich es Ihnen. Also meine Lieblingsrestaurants in London sind wahrscheinlich Est Fischers. Das erinnert mich an Wien. Also es ist vielleicht noch ein bisschen teuer, es ist nicht so für jeden Tag, aber wenn man da hineinkommt, man glaubt, man ist irgendwo in Wien in einem alten Gartenhaus. Was Neues ist auch gekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das sehen, sehen Sie das, was ich hier zeige? Wahrscheinlich nicht. Ich zeige Ihnen, was ich da habe, was man da noch so essen kann, das hier. Das ist Austria House. Das ist im Prinzip so ein Stand, wo man einfach dieses Essen essen kann. Also das ist so typisch österreichisch. Also ich war leider noch nicht dort. Das ist in Shoreditch, das ist so im Osten. Das ist schon ein bisschen weit für mich. Das haben Sie hier Instagram. Na, haben Sie das nicht mehr. Okay. Und wenn ich, was wollte ich Ihnen noch zeigen hier? Ich weiß nicht, ob Sie meinen, das sehen, zum Beispiel Kipferl. Kipferl mag ich sehr. Also da gehe ich immer, wenn ich Hande habe. Kipferl, also ich mache jetzt keine Werbung. Ich zeige es nur, was es da so gibt. So, das ist Kipferl, das ist in Eslington. Und die haben jetzt momentan so eine Aktion, wo man österreichische Torten kaufen kann. Ja, also wenn man irgendwann mal so Lust hat, irgendwas so aus Österreich zu essen, die sind ziemlich gut. Aber ich gehe immer dorthin und ich habe, das habe ich, Sauerkraut, Petaten-Suppe und solche ganz, ganz typische Sachen. So, okay. Ja, das war mehr oder weniger die Geschichte vom 26. Oktober. Ich weiß nicht, ob das bekannt für Sie ist oder war oder nicht. Hallo Walter, schön Dich zu sehen. Guten Abend allerseits. Ich bin gerade aus Hamburg zurück, deswegen bin ich leider verspätet. Ja, ja. Ich grüße alle euch. Ja, das war einfach so ein, also das war ein Thema, ich kann ganz schnell, warte mal, ich muss das ganz schnell hier finden. Ich zeige einfach, was ich da so erzählt habe. Aber ich hoffe, das kann man sehen. Ich glaube, man kann sehen. Also, ganz schnell. Natürlich, wir haben mit dem Essen aufgehört, aber die Geschichte ging natürlich, also, was heute, also in Österreich passiert, dann haben wir kurz über die Flagge gesprochen, woher, also diese Rot-Weiß-Rot Kombination kommt. Und natürlich ist das mit Deutschland, mit Schwaben und Bayern verbunden. Es hat viel mit Babenberger zu tun. Dann haben wir über UN-City oder, also wir haben über UN-City gesprochen, das gibt es in Wien seit 1974, über die dunkle Periode in Österreich, die ist nicht so schön. Und dann, ganz wichtig, dachte ich, ist auch, also was mit Österreich nach dem Krieg passiert ist, also diese Verteilung in vier Teile, also Sowjetunion, UK, USA und Frankreich. Und das 1955, am 27. Oktober, wurden diese Besatzungszonen ähnlich, also als ein Land betrachtet. Wir haben kurz über den Wappen gesprochen. Denn Österreich hat neun Regionen, jede Region hat natürlich auch eigene Wappen und Flaggen. Die Bedeutung Österreichs in der Vergangenheit, dass das ein bisschen größer war, als das, was wir als Österreich heute verstehen. Es gab auch, also mehrere Sprachen, es gibt noch immer mehr als eine Amtssprache in Österreich, dann über Paula Preratovic, die Dame, die jetzt die Hymne geschrieben hat. Und, also unsere Armee, die zeigen, also die gehen, also immer auf die Straße zeigen, was es da gibt. Obwohl, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Österreich so eine starke Armee besitzt. Und Tag der öffnen Türen, das ist Hochburg, wo man natürlich den Präsidenten besucht hat. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe, wollte ich noch sagen, und zwar, was sollte man also über Österreich wissen? Das ist unser Präsident, Alexander Van der Bellen, ja sehr beliebt. Dann haben wir unser Kanzler momentan, ist der Karl Nehmaner, das ist die Volkspartei Österreichs, oder die Schwarzen sind die auch genannt, das ist sehr so konservativ. Und wir haben, das habe ich, das wollte ich sagen, wir haben den neuen Botschafter, Herr Bernhard Rabetz. Herr Bernhard Rabetz ist neu und ganz wichtig, interessant, er, also, der ist nicht lange hier, und er hat, also er ist auch so ein Sprachler, also ein Linguist, also er hat Geschichte und Französisch studiert, er war Language Assistant in Paris, das ist, ich war auch so, ich war auch Language Assistant in Frankreich, das ist, wenn man als Deutschlehrer für neun Monate nach Frankreich geht und irgendein Franzose kommt nach Österreich oder umgekehrt, dann unterrichtet man dort 14 Stunden an den Schulen, aber leider, also nicht leider, also Herr Rabetz hat dann weiter die Karriere gemacht, hat studiert, und ich eben nicht, also ich freue mich schon, vielleicht werden wir uns sogar kennenlernen, es ist ganz interessant, der Name Rabetz, das ist eher so slavischer Herkunft und bedeutet Spatz, Sparrow, also Bernhard Sparrow ist unser Botschafter, und also wir wissen, Hauptstadt ist Wien, wie groß ist Österreich heute, 83.878 Quadratkilometer und es gibt ein bisschen mehr als neun Millionen Leute, ich dachte wir sind zehn Millionen, aber offensichtlich nicht, und also in diesen, sagen wir neun Millionen, gibt es 1,7 Millionen ausländische Staatsbürgerinnen, und das präsentiert ungefähr 19 Prozent der Gesamtbevölkerung, das finde ich interessant. Sprachen, wie gesagt, Deutsch, aber in eigenen Regionen haben wir auch Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch, wie gesagt, das hat mit der alten Monarchie zu tun, und Österreich ist am 1. Januar, Jänner 1995, also zum EU-Mitglied geworden, gemeinsam mit Schweden und Finnland, ja, also das ist es, mehr oder weniger. Also jetzt wissen Sie, wieso 26. Oktober so eine große Rolle in Österreich spielt, und ich würde schon sagen, wenn man die Möglichkeit hat, Österreich irgendwie so zu besuchen, also am 26. ist sicher sehr interessant, weil am 26. ist auch viel kostenlos, kostenlos die Museen oder die irgendwelche Stadtrundfahrten und so, ich weiß, dass in England die Museen kostenlos sind, das ist echt so ein Geschenk, bei uns müsste man eben für alles irgendein Ticket zahlen, ja. Ja, wollt ihr was dazu sagen, habt ihr irgendwelche Kenntnisse, Erfahrungen, also wart ihr schon mal in Österreich, wart ihr vielleicht so in einem Gast raus? Ja, man kann sich einfach zum Wort melden, ist, ja, bitte, Julie. Meine Familienname ist österreichisch. Aha, Briggs. Das heißt, meine verheiratete Familienname. Mein verstorbener Ehemann hatte einen Großvater oder vielleicht einen Urgroßvater, der von Österreich nach England ist vor dem Zweiten Weltkrieg angekommen und dann mit einer Engländerin verheiratet. So mein Ehemann war halb, nein, nein. Sein Vater war halb österreichisch, er, er war ein Viertel und meine Kinder sind ein Achtel. Ein Achtel, wow. Ja. Julie, aber hat diese, also hat er irgendwas von Österreich so auch gepflegt mit Tradition oder so oder eher nicht? Mein, meine, meine verstorbene Ehemann meinst du? Als Kind und als Familie, sie haben viele Ferien in Kitzbühel verbracht und Familie in Wien getroffen. Ja. Was noch? Und wir, wir, nach unserer Hochzeit, sind wir nach Salzburg, Wien und München gefahren. Also, als, als, als Flitterwochen. Schön. Hey, Salzburg ist total schön. Ja. Also, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, das ist meiner Meinung nach fast der schönste Staat Österreichs. Ja, ja, ja. Also, Wien ist auch, Wien ist, ich glaube, Wien ist so, Wien ist so wie London. Man kann nicht nicht sagen, dass London so. Ja, Salzburg ist beliebt, ja. Ja, ja, ja. Und, kurzlich hat mein Sohn das Geburts- und Taufzertifikat von diesem Urgroßvater in seinem Haus gefunden. Wow. Toll. Wow. Jetzt, jetzt haben wir zwei Zertifikaten, ja. Geburts- und dann Taufzertifikat, aber ich glaube, zu dieser Zeit muss man kurzlich getauft sein werden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, man könnte schauen, ob man vielleicht die Möglichkeit hat, so den österreichischen Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ja. 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 Romana, du hast doch gesagt, dass man den Doppelten-Pass nicht haben darf, also... Als normaler Mensch. Als normaler Mensch. Okay, es gibt Arnold Schwarzenegger, der hat doppelte Staatsbürgerschaft. Oh. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, es ist echt streng, also vielleicht muss ich sogar ein bisschen mehr darüber lesen, weil es gibt jetzt so eine Gruppe von Menschen, also von ausländischen, ich zum Beispiel, ich bin eine ausländische Österreicherin. Ich habe meine österreichische Staatsbürgerschaft, aber im System bin ich als österreichische Staatsbürgerin bezeichnet. Das ist ganz was anderes, als ein normaler Österreicher zu sein. Es ist echt so. Und dann habe ich gedacht, ich habe so mit verschiedenen Nationen gesprochen und die, ja, na, ich bekomme jetzt die britische Staatsbürgerschaft und so. Und dann dachte ich, hey, aber vielleicht kann ich das auch haben und nicht sagen. Aber nein, das geht auch nicht sofort. Es steht im Gesetz, wenn ich jetzt um die neue Staatsbürgerschaft beantrage, sobald ich diese neue Staatsbürgerschaft in meinen Händen halte, verliere ich die österreichische. Verstehe ich. Ja. Die Kollegen aus Südkorea haben die gleichen Schwierigkeiten. Aber die Deutschen nicht, die Italiener nicht, die, keine Ahnung, die Spanier nicht, die Griechen nicht. Die Deutschen haben das aber auch erst seit Kurzem. Also es ist noch nicht so lange her. Ich habe auch die englische Staatsbürgerschaft jetzt, aber erst seit ein paar Jahren, also ein oder zwei Jahren. Und das ist auch gerade erst, dass die Deutschen jetzt zwei haben dürfen. Und wenn man in Deutschland lebt, kann man jetzt auch eine zweite zur gleichen Zeit haben. Ja, das ist interessant. Also das Thema echt. Hallo Walter. Ja. Ich würde gerne dazu was sagen. Erstmal herzlich willkommen alle. Ich freue mich, dass heute wieder so viel versammelt sind bei unserer Runde. Zu dem Thema Staatsbürgerschaft in Deutschland möchte ich sagen, das wurde immer gesagt, es gibt keine, also bis vor kurzem, es gibt keine doppelte Staatsbürgerschaft für die deutsche Staatsbürgerschaft, aber es hat immer Ausnahmen gegeben. Es gibt in Polen eine deutsche Minderheit. Es sind ungefähr eine halbe Million Menschen. Das ist auch eine Verwandtschaft von mir. Meine Großcousins, die haben sich die deutsche Staatsbürgerschaft besorgt, weil meine Tante war ja eine ausgewiesene Deutsche in Preußen geboren. Damals gehörte das zu Preußen und die durften dann mit dem EU-Pass als polnische Bürger überall arbeiten in Deutschland. Die sind dann hingefahren nach Österreich, durften sie arbeiten, fahren. Das ist ganz interessant. Das wird immer unterschiedlich gehandhabt. Wenn jemand Bedürfnis hat, sollte er sich vielleicht immer erkundigen. Bei Österreich weiß ich das nicht, aber vielleicht gibt es solche Möglichkeiten immer. Wir haben jetzt so eine Facebook-Seite, weil wir wohl so, also die Leute wohl einfach eine Petition da zusammenbringen und dann irgendwie zur Regierung bringen, weil wir glauben, das ist nicht fair. Ja, und vor allem will die Deutschen das haben können. Das ist einfach so, oh, na, wir wollen das auch. Es ist immer die Geschichte, die gleiche Geschichte. Also ein befreundetes Ehepaar ist neulich österreichische Staatsbürger geworden. Die sind von Bayern nach Graz gezogen und waren ganz begeistert, wie sie dort aufgenommen wurden. Die sind ganz unbürokratisch. Sie mussten natürlich einiges nachweisen, das ist klar, aber interessant ist das schon. Ja, na, Graz, das ist, Graz ist meiner Meinung nach so eine ganz nette Stadt. Ich hätte nochmal noch eine Frage, ist das, wie ist die, der Neutralitätsstatus von Österreich im Moment, ist Österreich in der NATO? Ich glaube nicht. Es gab doch diesen Vertrag, als Österreich sozusagen von den Siegermächten dann, die Siegermächte dann abgezogen sind. Das ist nicht NATO, nein? Nein, kein NATO-Mitglied, aber wie ich das Ganze analysiere, durch die Hintertür ist eigentlich nicht mehr so neutral, weil grundsätzlich ist sie in der Europäischen Union, also durch die Grenze zu Deutschland, also ich wohne eben in Salzburg, also da sind, sagen wir mal so, es gibt die Deutschen und auch die Amis, also wenige Kilometer entfernt von hier und selbst in Salzburg gibt es sogar grundsätzlich eine parallele amerikanische Gesellschaft. Sind da Amerikaner? Britische, sogar eine parallele britische Gesellschaft, die haben sogar eigene Schulen. Also ganz, also ich bin das einfach ein Witz, sagen wir mal so, ich bin Italienerin, also ich habe selbstverständlich meine eigene Perspektive, aber so neutral ist das sage ich heutzutage nicht, weil die Finanzierungen über Schleichwege kriegen sowieso Finanzierungen von den Vereinigten Staaten, also von der NATO grundsätzlich, und das ist halt so, es gab sogar Skandale mit dem, das war ein Flieger oder sowas in der Richtung. Also das ist jetzt selbstverständlich meine Perspektive nach 16 Jahren in Österreich, und ich bin selbst Historikerin und Politikwissenschaftlerin, und das heißt jetzt nicht, das ist jetzt die Wahrheit, aber so was ich merke, ja, also das ist noch theoretisch noch neutral, aber wie gesagt, durch die Europäische Union, durch die gewisse Finanzierungen, also diese Neutralität ist vielleicht eher, glaube ich, eher ein Witz mittlerweile geworden. Ja, aber wenn ich nochmal fragen darf, da sind amerikanisches Militärpersonal und britisches noch immer in Österreich? Nein, das sind jetzt kein Militärpersonal, es ist so, ich muss leider was beraten, also in Österreich ist Englisch ein sehr wichtiges Fach in der Schule, und das heißt nicht nur die Stunden, die Englischstunden sind wichtig, sondern es ist auch so, dass manche Fächer, also andere Fächer werden an gewissen Schulen auf Englisch angeboten. Und um das zu machen, sind grundsätzlich Muttersprachler eingeladen, sich auf Schulen zu bewerben, und die werden also nicht mehr mit dem Lehramt, also man muss kein Lehramt in dem Fall machen, sondern sie können sogar mit einem Bachelor an den Schulen unterrichten, wobei ich zum Beispiel sollte ein Lehramt für all meine Fächer ablegen. Sie können es machen, weil sie offizielle Muttersprachler sind. Und es sind einfach ganz viele, die eben über diese Möglichkeit in österreichischen Schulen unterrichten, und dazu haben wir auch amerikanische Schulen und Instituten hier in Salzburg, und auch in Berlin, glaube ich. Also dadurch, dann, es stimmt, es gibt auch viele gemischte Familien, also von, also die Kaserne war hier so drei Kilometer von meiner Wohnung entfernt, und ich habe in den Wohnungen der Amerikaner die ersten fünf Jahre gewohnt, und es gibt viele gemischte Familien, also das sind eben Soldaten, amerikanische Soldaten, die geheiratet haben, die Hälfte ist dann zurück in die USA gegangen, und die Hälfte ist vielleicht da geblieben, und das ist dann ein bisschen so, wie die Gesellschaft zumindest in Salzburg ist. Ja, sehr interessant, ja. Ja, na, Felicitat hat wahrscheinlich, also ich wohne schon seit zwölf Jahren nicht mehr in Österreich, also Felicitat kann so ein bisschen so die News hineinbringen, was da so in Österreich passiert. Übrigens, also weil ich weiß, ich spreche ziemlich österreichisch, also wenn ich was auf Bundesdeutsch oder auf Englisch wiederholen soll, dann kann ich das nicht sagen. Nein, alles verständlich. Das passt schon, das ist alles verständlich. Ja. Weil ich kriege manchmal Deutschschüler, die zum Beispiel die ersten Stunden mit einer Lehrerin aus Norddeutschland gehabt haben, und sie sagen, aber wie sprichst du eigentlich, also da muss ich alles wieder sozusagen übersetzen oder erklären. Ja, die müssen sich aber anpassen, die müssen sich auch anpassen, und sich lokalisieren. Also zum Thema Nationaltag möchte ich fragen, was das eigentlich für den durchschnittlichen Österreicher bedeutet. hat das überhaupt eine Bedeutung als patriotisches Fest? Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wir sind alle sehr glücklich, weil es ist ein Feiertag. Ah, na ja. Aber, aber, das ist Nummer eins, sagen wir so. Viele wissen nicht, warum wir sowas überhaupt feiern. Deswegen, also viele wissen nicht, also wieso das so wichtig ist, ja. Und dann zum Beispiel, also im ländlichen Bereich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Salzburg ist, weil ich komme schon aus dem Süden, es passieren total viele Sachen so an den Hauptplätzen, und man kann auch so traditionelle Kleider anziehen, und es ist alles so. Aber, ich sollte das nicht so sagen, weil ich nehme das auch, aber es ist der Feiertag, und es ist... Feuerwerk oder... Umzüge durch die Straßen oder sowas, gibt es nicht? Manche Städte haben schon Paraden, ich weiß nicht, wie war es in Salzburg? Salzburg ist... Ich weiß nur von der Parade am Elbenplatz in Wien, aber mehr weiß, also ich habe nie was gehört. Also ich bin auch kein Paraden- und Festenmensch, also selbst in Italien war ich jetzt nie auf solchen Paraden oder so, um zu... Also das ist, das muss ich sagen, eben nicht meines, so wie du sagst. Also ich habe heute gearbeitet, aber ansonsten hätte ich mich gefreut, ein bisschen länger zu schlafen, um vielleicht etwas anderes zu tun. Und selbst meine Freunde, die habe ich jetzt auf einem Café getroffen, das war so ein bisschen Entspannung, so zwei Stunden vor einem Café ein bisschen zu plaudern. Also ein paar Leute haben so jetzt die Flagge ausgehängt und manche sind vor allem eben Arbeitersiedlungen, wo es viele Ausländer gibt. Da sieht man schon, das ist auch ein bisschen als eine Art Provokation gemeint wird. Ja, das merkt man sehr stark. Ja, aber das... Also wie gesagt, ich bin vielleicht nicht der richtige Mensch, um so... Also es hängt davon ab, wie groß die Stadt ist, wo du wohnst, okay? Im leblichen Bereich wird das natürlich ein bisschen besser sichtbar, sagen wir. Sonst gibt es am Hauptplatz, gibt es da den Bürgermeister, da wird so eine Rede gehalten. Dann natürlich gibt es Flachen, es gibt den Blasskapelle, es gibt so eine Parade, es gibt Soldaten und es gibt gutes Essen und Trinken. Aber es wäre vielleicht nochmal, also für mich wäre interessant, bin ich zu hören? Ja. Bin ich zu hören? Hallo? Ja, ja. Interessant, gibt es irgendwie offiziell von der Regierung einen Staatsakt, weil in Deutschland hat das natürlich eine andere Bedeutung. Der 3. Oktober hatte die Wiedervereinigung, da gibt es jedes Jahr so einen Staatsakt. Und es gibt eine Feier von den 16 Bundesländern. Eines der 16 Bundesländer hat immer so, der ist der Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Gibt es in Österreich sowas, dass man, das würde man übers Fernsehen mitbekommen, hättet ihr heute im Fernsehen gesehen. Wahrscheinlich dann nicht, weil das ist ein bisschen anders geartet, der Feiertag. Also es werden nur so, jedes Bundesland, also man sagt, dass der 26. Oktober auch Tag des Bundesherrens ist. Also Bundesherren, also die Staaten werden dann so auf der Straße sein und dann zeigen, was sie da machen und so. Aber sonst natürlich dann, der Präsident wird was in der Nachricht sagen, so bla bla, wichtige Sachen. Also wichtige Sachen zum Thema Vereinigung und das ist also Neutralität und was so passiert ist. Und sonst ist es nicht so. Aber ich glaube, es ist so global ziemlich ähnlich. Wenn man einen Feiertag hat, ist man einfach auch. Und ich habe bemerkt, wie viele Feiertage ich da verpasse. in Österreich, oh mein Gott, oh Gott, und Deutschland auch, gibt es total viele Feiertage. Und das ist, aber ich habe, und hier eben nicht, also in England. Also du meinst, die ganzen katholischen Feiertage, so zwischen Ostern, ja genau, fixen und so. Das ist noch ein bisschen anders. in Deutschland ist ja noch, das kommt dazu, dass es die Reformation gegeben hat, 1517. Und seit 1517 ist in der ganzen Bundesrepublik Deutschland der 31. Oktober Feiertag. Sonst war es immer nur in den protestantischen Ländern. Aber sogar Hamburg hat jetzt diesen Feiertag übernommen und ich komme gerade aus Hamburg. Hamburg sind am Dienstag alle Museen kostenfrei, also kostenlos. Könnt ihr alle machen. Das ist wie bei euch. Aber in Deutschland ein Feiertag, aber nicht nur die katholischen, sondern auch die protestantischen. Wo ist aller Heiligen noch ein Feiertag in den katholischen Bundesländern? Ja. Ich glaube, das war früher so. Ja, Bayern hat, Nordrhein-Westfalen hat, ich glaube auch Baden-Württemberg hat, ja, ja, in einigen. Also hier in Norddeutschland, wo ich lebe, nicht. Okay, ich bin jetzt hier. Also Feiertage im Jahr 2024 in Österreich, heißt 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13. Gut. Also ich teile das, ich gebe das da hinein. Und im Vergleich zu uns in Großbritannien? Ich glaube, es ist ein bisschen weniger. Die Bank Holidays. Bank Holidays. Acht gibt es. Bank Holidays. Ich glaube, in Bayern gibt es 15 Feiertage. weil sie haben am meisten von allen Bundeslanden, meiner Ansicht nach. Also die haben sehr, die haben die meisten von allen Bundeslanden. Okay. England. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ja, ist ja auch was. Das ist auch was. Da muss ich nicht 15 sein oder was hatten wir denn da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Okay, 30. Ist okay. Und da gehen wir. Aber man spielt das. Ja. Bekommt man in Österreich auch Brückentage? Zum Beispiel morgen. Ist das ein Brückentag? Das heißt, der Fenstertag in Österreich. Nein, zum Beispiel die Bedeutung Brückentag ist am 31. Oktober nächsten Dienstag ist in Deutschland ein Feiertag. Ah. Ein Reformationstag. Das heißt, der Montag bildet die Brücke vom Sonntag zum Dienstag. Und solche Feiertage werden gern von Unternehmen als Brückentage deklariert. Das ist keine staatliche Regelung. Das ist eine individuelle Regelung. Das ist sehr angenehm für Arbeiten. Ja, ja. Nein, nein. Es hängt davon ab, also manche Firmen machen das. Zum Beispiel, ich habe mal für Excel gearbeitet, das ist so eine, die machen so Lichter und sowas. Und die hatten so eigene Produktion. Und zum Weihnachten hatten sie eine Woche zugesperrt. Und dann war alles eben zu. Und das war super. Aber ja, wie Walter gesagt hat, ich glaube, es hängt eher vom Unternehmen ab, was sie machen. Aber es machen auch die Schulen. Die Schulen müssen dann, und das ist dann eine staatliche Regelung in den Regionalgebieten, in den Ländern. Da können die Schulen auch Tage als Brückentage, ich nehme an, dass am Montag hier auch ein Brückentag ist in den Schulen, aber ich weiß es nicht genau. Das ist dann sehr angenehm für die Menschen, dann können sie mal wegfragen. Ja, nein, nein, das passiert zum Beispiel, wenn man jetzt nur Österreich kurz betrachtet, ich würde sagen, so ab dem 20. Dezember, also jetzt beruflich gesehen, ab dem 20. Dezember wird da nicht viel los, weil man feiert den 6., also Felicità, du musst das korrigieren, falls das nicht mehr so ist, aber aus meiner Erfahrung, ab 20. Dezember passiert nicht viel und dann hat man am 6. Januar eben drei heilige Könige und da passiert auch nicht viel und erst, also ab dem 6. Januar wird dann so langsam wieder was los. Ja, also es kommt auch darauf an, was man und wo arbeitet, weil, also ich meine, ich bin zum Beispiel, ich bin Ausländerin, also schöne Bürotätigkeiten, das muss man schon sagen, in Österreich ist es nicht dein Fall, als Nicht-Österreicherin eine Bürostelle zu bekommen, und selbst die Deutschen sind nicht gerne gesehen, also das ist selbst für sie sehr schwierig, eine Stelle in einem Büro in Österreich zu kriegen, es ist wirklich so. Und das heißt, dann ist man gezwungen, in der Gastronomie zu arbeiten oder in niedrigen Stellen und da ist leider so, dass der Chef sagt, na, das ist bei uns bis zum 23. Dezember, also sogar am Vormittag, am 24. muss man ins Büro oder man muss eben vom 27. bis zum 30. wieder arbeiten und vom 2. bis 5. Jänner muss man auch wieder arbeiten und selbst, und wenn man sogar eben in der Gastronomie oder im Tourismus tätig ist, dann muss man manchmal auch an den Feiertagen arbeiten. Also diese, also ich habe Freunde, die so super Stellen haben und das ist bei denen wirklich so, also sie haben jetzt eben Rückentage, also meine Nachbarn sind von, also sie sind gestern abgefahren und sie kommen und sie kommen am 2. November wieder nach Hause. Aber ich, also man muss eben eine Arbeit finden, wo es möglich ist. Es stimmt, die Mehrheit hat so solche, solche, aber man muss auch sagen, das ist, also als Italienerin würde ich sagen, das ist eine sehr klassistische Gesellschaft. Man merkt wirklich den Unterschied zwischen denen, die sich das leisten können und das meine ich nicht unbedingt finanziell leisten, sondern Leute, die sich eben frei nehmen können oder Leute, die frei haben und Leute, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht können. Also wie gesagt, das ist eben eine, die Perspektive einer Ausländerin. Also vielleicht meine, meine ehemalige Mitbewohnerin würde vielleicht ganz was anders sagen. Das ist wirklich so. Ja, aber es stimmt schon, und es ging von der Industrie ab. Ich habe mal im Außendienst Retail gearbeitet. Da haben wir am 24. Dezember bis 6 Uhr abends arbeiten müssen. Weil es ist so, also das ist die andere Seite, es war aber eine deutsche Firma, es ging um Bereichsleitung und eben Verkauf. Und da natürlich Feiertage waren wirklich wichtig und dann sollte man ja irgendwie da auch dabei sein. Oder wenigstens am Telefon erreichbar. Aber jetzt so, wenn man jetzt so einen Bürojob hat oder wenn man nicht selbstständig hat, dann ist es wahrscheinlich anders. Ja, aber selbst bei Bürojobs ist das so. Also eine Freundin von mir, die jetzt in London wohnt, hat vier Jahre hier für eine sehr große Firma in Salzburg gearbeitet. Und sie hatte das Problem, dass sie eben nach, also zu Weihnachten nach Italien fahren wollte. Und das war in der Firma ein bisschen unverständlich, weil bei, bei in ihr, also in ihrer Firma war sogar am 24. Vormittags war es noch ein Arbeitstag. Und dann hat sie erklärt, ja, aber wie gesagt, ich will nach Italien fahren. Also ich kann online arbeiten. Das war schon vor vielen, vielen Jahren. Irgendwann so der Remote Working war jetzt nicht so, nicht so beliebt und vor allem nicht in Österreich. Und das war bei ihr sehr kompliziert und sie hat viel handeln müssen, dass sie eben sich den 23. freinehme und dass sie eben am 24. nur online arbeitet und dass sie dann eben am 26. oder 27. wieder zurückfahren sollte. Das war also selbst für sie als Ingenieurin, also ganz, also Diplom-Ingenieurin, nicht so einfach. Also ich glaube, es ist, wie gesagt, man muss es sich leisten, gesellschaftlich leisten können und ich weiß nicht, ob es immer möglich ist. Ja, eine Frage, wie ist es mit diesem Remote Work in Österreich? Also sprachlich gesehen, das ist für Englischsprachige eine Katastrophe, kann man sagen. Das ist vielleicht auch wichtig, aber ich glaube, das ist auch in Deutschland nicht anders. Also auf Deutsch wurde das Wort Home Office erfunden, um Remote Working zu sagen, was eben ein bisschen komisch klingt. Und wie es tatsächlich ist, also in Österreich ist Internet eigentlich gut, was man über Deutschland leider nicht sagen kann. Es ist aber auch nicht hervorragend. Es ist gut im Sinne von, ich finde es sehr zuverlässig, aber die Leute waren bis, also vor der Pandemie, jetzt nicht wirklich online. Also ich habe dann von vielen gehört, dass sie wirklich keine Flat-Verbindung, also keine Flat-Internet-Connection hatten. Und das war für mich ein bisschen eine Überraschung, weil ich war schon seit über ein Jahrzehnt eigentlich mit einer Flat-Internet-Verbindung, also Flat-Rate, ohne Bedenken. Und für viele war es eben nicht so. Sie hatten nur so begrenzte Giga oder begrenzte Uhrzeiten, Fairviews-Verträge. Und viele hatten auch zum Beispiel kein eigenes Gerät. Und das hat eben dazu geführt, dass Österreich, glaube ich, so ein Jahr paralysiert war, weil viele haben eben von zu Hause aus gearbeitet, also Remote Working, gemacht. Aber sie hatten keinen Computer und sie haben sich auch einen Computer mit fünf Mitgliedern der Familie geteilt. Und dann war es alles zu den Zeiten keine Katastrophe. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Und ganz im Gegenteil, gibt es viele Leute, die das Arbeiten von zu Hause sehr schätzen, obwohl nicht unbedingt auf einer permanenten Basis. Sie möchten eher sagen, also zwei, drei Tage von zu Hause aus arbeiten und die anderen Tage eher vom Büro. Also ein bisschen eher was Flexibleres schätzen die meisten. Zumindest die meisten, die ich kenne aus verschiedenen Branchen und in verschiedenen Stellen. Das sind die Hauptsachen. Aber falls jemand was genaueres wissen wollte, ihr könnt gerne fragen. Ich habe noch eine Frage vielleicht zum Abschluss. Wie sieht ihr Österreich? Also wenn man so sagt, ja Österreich, das ist jetzt, was sind die Gedanken, und die einfach so durch ihre Köpfe gehen. Falls es keine gibt, kann man auch keine sagen. Mir fällt gleich was ein. Als Kind, ich bin im Erzgebirge, also in Ostdeutschland, aufgewachsen. Das war relativ nah an der bayerischen Grenze. Da gab es immer dann auch von Österreich in der Radiosendung, in der DDR war das der Sandmann, der die Kinder dann also über die Medien, über Radio, ins Bett gebracht hat. Und in Österreich war es das Betthupferl. Das sind meine Erinnerungen. Und dann, dass die Sprache, ich habe dann auch, als ich in Polen war, in meinen Ferien oft den österreichischen Rundfunk gehört als Nachrichtenfälle. Und die haben doch immer andere Namen, andere Worte verwendet. Statt Januar, Jänner, Feuer dieses Jahr. Also das waren so Dinge, die sich dann so ins Bewusstsein gesetzt haben. Und nach der Wende war ich dann selbst mal in Österreich. Und ich fand, ich war sehr glücklich, dass ich da hinfahren konnte. Und ich wollte dieses Jahr nach Lienz fahren. Ich war in Südtirol. Da gibt es ein Kosakenmuseum. Das hat eng verbunden mit der österreichischen Geschichte, mit der Besatzung auch. Aber ich kam nicht hin, weil es als Zeitbund, die haben nicht jeden Tag geöffnet. Also Lienz ist auch eine schöne Stadt. Lienz, nicht Linz, sondern Linz sicher auch. In Osttirol, ja. Und Osttirol, ja, also ich verbinde auch Österreich noch so ein Stück von der Geschichte her mit Habsburg. Und die Habsburger Spuren sind ja in ganz Osteuropa bis nach Italien runter. Und ich finde das sehr interessant. Und, ja, es ist ein großes Interessenfeld. Ich habe auch viele Bücher dazu, die ich zum Teil aber noch nicht gelesen habe. Ja, für mich zum Beispiel. Interessante, interessante Nuance der deutschsprachigen Welt, sozusagen. Ja. Julie? Ich denke an das Neujahrskonzert in Wien. Genau, ja. Als ich denke, Österreich. Ja. Ja, das ist wunderbar. Am 1. Januar, um 10, oder? In der Früh fängt das an. Ja, es ist... Ich würde gerne mal dort gehen, aber ich glaube, die Tickets sind ein bisschen teuer. Man kann Plätze binnen, aber... Ja. Gut. Meinst du, dass man Plätze bekommt? Ich würde gerne mal hinfahren, aber... Dass man überhaupt welche bekommt. Der Preis ist das eine, aber ob man hier überhaupt die Chance hat, das wäre meine Frage. Wissen wir nicht. Ja, ja. Man muss noch bezahlen, ja. Ja. Er hat recht, ja. Naja. Wäre schön. Für mich ist Österreich... Weil ich bin irgendwie so... Sowieso super gemischt. Aber für mich ist Österreich... Also wenn alles total falsch geht, super falsch, ist Österreich für mich immer so ein Ort, wo ich bodenständig werde, wo ich so... Okay. Was immer jetzt da los war? Keine Sorge. Du bist da. Bringt dich hin. Es geht mit er weiter. Also das ist für mich Österreich. Und ich... Ja, es ist so ein Teil, ein Teil von mir. Manchmal geht mir so die Kultur schon ab, aber nicht immer. Ich glaube nicht, dass ich zurück nach Österreich gehen werde. Wahrscheinlich nicht, weil ich habe hier in England, was ich da so gefunden habe oder bekommen habe. Ich glaube, ich kann das nicht in Österreich finden. Also es... Es ist schön. Also natürlich ist ein Teil von mir. Also ich bin... Das, was ich bin heute auch, weil ich in Österreich durch dieses Schulsystem gegangen bin. Also durch die Geschichte. Es geht so um die Minderheiten. Das ist nicht immer lustig gewesen, aber so ab und zu muss ich schon nach Österreich. Nicht immer. Ab und zu. Aber ich glaube nicht, dass ich rückkehren kann. So. Weil... Ja, ist... Ja, ist so. Will noch jemand was sagen? Marit oder Mary oder Sheila oder Toni oder Barbara oder Arkan oder Andrew? Also ich kann das nachvollziehen mit nicht zurückgehen. Ich bin jetzt seit 27 Jahren hier in England und ich fühle mich total wohl hier und ich glaube, wenn ich zurückgehen würde, wäre es für mich ein Rückschritt. Ich habe meine Familie hier, ich habe zwei Kinder und die sind auch schon erwachsen und so weiter. Aber ich fühle mich total wohl. ich habe viel im Rücken bei mir, ich habe viele Freunde und so und es wäre einfach ein Rückschritt für mich. Also ich komme aus einer kleinen Stadt, aus Schleswig-Holstein und ich kann mir nicht vorstellen, wieder zurückzugehen. Ich habe genau das gesucht, was ich hier gefunden habe und ich bin eigentlich sehr glücklich. Also ich meine, okay, hat nichts mit Schleswig-Holstein, mit Österreich zu tun. Ich weiß aber, ich kann dir das nachvollziehen, was du sagst, Romana. Ja. Total. Ja. Positiv möchte ich sagen. Genau. Toni. Ja, positiv wollte ich sagen, dass Wien und Österreich, das war mein, als junger Mann war das meine erste Reise ins Ausland. Wow. Ich bin da angekommen, also ich 23 oder so einen Monat in Wien an der Hochschulkurse da und ich war überrascht, wie freundlich die Leute da waren. Das habe ich immer noch in Erinnerung. Ja. Hey, Wien um diese Zeit ist echt schön. Ja. Da bin ich auch gewesen, kurze Zeit, aber ja, schon. Ja, Sheila, hast du auch, also wenn man sagt Österreich, was denkst du, wo du bist rot, wo ist der Strudel, oder? Ich habe Österreich mehrmals besucht, aber meine Tochter hat mehrere Jahre zuerst in Leoben in Steiermark gewohnt und dann in Wien und ich habe sie natürlich besucht und mein Mann und ich haben auch eine wunderschöne Radfahrt gemacht, die Donau entlang von Passau bis Wien. Das würde ich empfehlen. Das ist so wunderschön, die verschiedenen Landschaften, kleine Städte und so viel Geschichte und Kultur. Das war wirklich wunderschön. Ja, also Österreich kenne ich eigentlich nur als Urlaubsland. Ja. Ich habe einen Sohn in der Schweiz, aber das ist ganz anders, aber es war interessant, den Vergleich zu machen mit dem Nationaltag, weil das in der Schweiz hochgefeiert wäre. Sie flagen überall und kleine Feste und so. Wunderbar. Vielleicht in der Zukunft, weiß ich nicht, vielleicht in der Zukunft, wir werden, glaube ich, mit diesen Events weitergehen und ich habe etwas vergessen, ich muss jetzt noch zum Abschluss etwas sagen, machen immer die Werbung, es ist keine Werbung, es ist nur so eine Ansage, was da so los ist, pass auf, wo ist das, Share Screen, hier, könnt ihr das sehen? Ja, also es ist jetzt, okay, wir haben jetzt noch zwei Events bis zum Schluss, bis zum Jahreschluss und zwar am 30. November, ich hoffe, das passiert, kommt Gwen und Gwen, wie gesagt, ist eine Übersetzerin, sie übersetzt Deutsch und Japanisch und wir werden über die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Japan reden, aber jetzt nicht so geschichtlich, sondern was heute in dem modernen Land Japan passiert und wie diese deutsche Kultur als Popkultur angesehen ist, das ist so cool, also so wie englisch bestimmte Länder weltweit beeinflusst, das ist Deutschland angeblich für Japan oder das war Deutschland für Japan vor zehn Jahren, mal sehen, was ich heute sage und dann haben wir noch als habe ich das nicht mehr da, wir haben noch am 14. Dezember so unser letztes Event, wo wir Kekse backen werden, also es ist so ein Global Event, wo jeder willkommen ist und man kann dann die Rezepte mitbringen, manche Leute werden wahrscheinlich sowas backen und dann können sie zeigen, was da entstanden ist und es geht so um einen Rezeptenaustausch, hoffentlich wird das erfolgreich, ich will Vanillegipferl machen, das sind meine Lieblingskekser, also das habe ich vor, mal sehen, ob ich das schaffe und dann teilen wir, austauschen wir die so, diese weihnachtliche Stimmung und das ist es schon und für nächstes Jahr mit Walter werden wir sowieso besprechen, aber falls irgendwer Interesse hat, irgendwas zu präsentieren, ein Thema vorzuschlagen, bitte tu das, weil wir brauchen Ideen und Themen, ich habe glaube ich zwei, ich war Walter, zwei Themen hast du schon? Ja, wir haben einen Vorschlag von mir, ich habe jemanden in St. Petersburg, Russland, der natürlich jetzt nicht über Politik sprechen wird, aber über kulturelle Sachen, über, ich habe einen Vortrag von ihm gehört, in dem wir das in englischer Sprache durchführen, über Konfessionen, die Konfessionen in St. Petersburg, das ist ja die alte Zahnstadt und von seit jeher bis heute, das wird sicher ein interessanter Vortrag und dann habe ich den Vorschlag gemacht, eine Kollegin, die Deutschland lebt, im Osten Deutschland, auf der Insel Usedom, nah an der polnischen Grenze und da ist der Alltag im Moment ganz interessant, in vielerlei Beziehungen und vielleicht kann sie uns da kurz über ihren Arbeitsalltag etwas erzählen, dazu ist sie jedenfalls bereit, wir werden das noch konkretisieren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken, ganz herzlich für das Feedback vom letzten Mal von unserem Spaziergang durch Hamburg, ganz besonders grüße ich Alison, Alison, auch danke heute für deinen Chat oder für ihr Chat und ganz interessant und ich möchte sagen, seitdem ich den Vortrag über Hamburg Kaffee stattgehalten hat, gehe ich viel, viel öfters in die Kaffeehäuser in Hamburg, ich habe das gestern wieder getan, mit einer englischen Freundin, die wiederum in Deutschland ihre Heimat gefunden hat und nicht mehr nach England geht, das gibt es auch, ja, also wir werden das auf jeden Fall weiterführen und wir sind dankbar für alle Ideen und auch Beiträge, Vorschläge, das können wir dann auf jeden Fall erweitern und einbringen und verwirklichen. Vielleicht kannst du irgendein Thema aus Österreichern, aus einer Italienerin in Österreich so vorstellen, du würdest herzlich willkommen. Wenn man so Ideen hat, da gibt es immer wieder Ideen, man muss die aber ein bisschen vielleicht eher kompetisieren. und das wäre interessant, weil ich glaube, Italien ist also sehr beliebt, also im Süden, im Süden von Österreich, wenn ich im Süden sage, ich meine Kärnten und Steiermark. Wir lieben Italien. Was machen wir? die Kärnten ja schon, die Kärnten. Die Tiroler noch nicht, aber die Kärnten schon. Tirol ist vielleicht so ein anderes Thema, also Südtirol, Tirol, ein Teil in Italien. Ja, sagen wir so, auch aus meiner Perspektive und was auch mit meinem Studium zu tun hat, das wäre, ein Thema wäre Italien in Österreich und Österreich in Italien, das könnte das nicht sein. Weil ich glaube, viele wissen auch nicht, dass eigentlich, das hast du ganz am Anfang noch sehr gut gezeigt, also die Karte von der Doppelmonarchie, also was eigentlich Österreich war und Ungarn war und bis, also wie weit sich gestreicht hat, das heißt also, und noch früher war zum, also meine Stadt Modena, meine Heimatstadt ist eigentlich Modena, war ein Herzogtuch, und also die, am Ende der Dynastie waren die Herzog eigentlich eher halb österreichisch und halb bayerisch, also die, der Herzog war halb österreicher und die Herzogin war eine bayerische, so nicht aus München. Kannst du ganz still deine E-Mail-Adresse reinschreiben, dass ich dir dann eine E-Mail-Adresse schreibe ich gerne, also ich habe sowieso jetzt in der Chat, da steht eine Verlinkung zu einem Foto von mir, das ist mein Instagram-Konto und sonst meine E-Mail ist weil das Thema wäre super interessant. Ich glaube, das ist, weil, zum Beispiel, was machen die, okay, wo, wo verbringen die Österreicher den Sommer mal noch? Liniano und Jesola und wo ist denn das? In der Nähe von ich gehe dort hier nie im Sommer, weil da sieht man dann die Arbeitskollegen und die Mitarbeiter und Nachbarn und nein, danke. Ja, wir sagen auch, also wir gehen nicht nach Jesolo oder Liniano, weil es eben Österreicher oder Bayer ist und das ist dann für uns dann irgendwann ein bisschen unangenehm und das sei nicht selbst, weil eigentlich mein Benehmen am Strand ist ein bisschen anders. Also da gibt es leider auch nicht so sympathische Geschichten, also viele haben zum Beispiel so ein Verbot sich entweder in Liniano oder Bibione weiß ich nicht mehr gestimmt worden. Wirklich? Oh. Na, okay. Na, Felicita, ich schreibe dir mit Walter, treffen wir uns dann eine Klausel. Also wenn jemand so Fragen hat oder Beschwerden auch, meine drei Arbeitssprachen sind Englisch, Deutsch und Italienisch, also ihr könnt mir bescheiden. Wir nehmen Deutsch, passt schon. Egal. Also wie gesagt, das ist kein Problem. Super. Oder sonst sehen wir uns nächstes Jahr wieder in London. Also ich weiß, irgendwen habe ich schon getroffen, also ich glaube, wir haben uns getroffen oder nicht. Glaube ich nicht. Ich würde es wissen, aber ich war jetzt schon sehr lange bei keinem Event live. Also das letzte Mal, dass ich bei einem Event war, es ist total peinlich, aber das war in Kings Lane. Also vor dem Covid. Wann war das? 2019? Ja. 2019 im September. Seit vier Jahren war ich bei keinem Live-Revent. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Auf jeden Fall, vielen Dank für Ihre Zeit, hoffentlich für das interessant. Wir sehen uns, also nächstes Mal ist Japan Deutschland, das glaube ich wird super. Und wenn nicht beim Japan Deutschland, dann beim Kekse Backen. Romana, darf ich schnell sagen, ich habe den Vortrag sehr interessant gefunden, also vielen Dank dafür und das Gespräch danach. Vielen Dank, Romana. Schönen Abend. Abend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke.